Bitcoin droht jetzt ein Abverkauf unter 49.000 US-Dollar und somit ein neues Tief unserer Korrektur. Das klären wir hier in diesem Video und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wenn dir der Content gefällt, kannst du dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Alger zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Ansonsten alle unsere wichtigen Links, wie beispielsweise Bidget, wo ihr euch lebenslänglich 20% Rabatt auf eure Gebühren sparen könnt und die kostenlose Telegram-Signalgruppe sind selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Beginnen hier einmal auf dem Weekly-Timeframe für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Und demnach gehen wir davon aus, dass wir hier bei Bitcoin eine 1, 2 nach wie vor in unserer roten Welle 3 und auch hier nochmal eine Welle 1, eine Welle 2 nach wie vor in unserer gelben Welle 3 sind und in dieser Welle 3 eine 1, 2, 3, 4 hier gefunden und einmal dann in unserer Welle 5 sind Richtung Mindestziel 97.350 US-Dollar. Gut, gehen wir hier auf den Daily-Timeframe einmal runter, sehen wir, wie wir es hier einmal unterteilt haben. Hier eine Welle 1, eine Welle 2, eine Welle 3, eine Welle 4. Entweder beendet oder eben es droht das neue Tief unter die 49.000 US-Dollar. Damit beschäftigen wir uns jetzt hier, was hier wichtig wird, was wir erwarten und was die höchste Wahrscheinlichkeit hier am Chart hat. So oder so, um aus diesem Bereich hier dann nochmal Richtung mindestens 97.100 US-Dollar beziehungsweise eigentlich grob gesagt die 100.000 US-Dollar-Marke hier einmal dann im Chart zu laufen. Gut, bevor wir jetzt hier drauf eingehen, was wir hier in dieser Welle 4 einmal erwarten können, noch kurze Werbung eigener Sache, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder nochmal Spotkäufe tätigen, halten wir selbstverständlich hier in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf dem Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Signale aus. Dazu muss aber gesagt sein, das sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt das nachmachen, müsst das nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Aber ihr seht, komplette Transparenz und unserer Meinung nach diese Form der Transparenz auch einzigartig hier auf YouTube. Zudem, wir traden das Ganze hier auf Budget. Das heißt, wenn du dir lebensinnig maximalen Rabatt von 20% auf deine Gebühren sichern möchtest und zeitgleich hier an regelmäßigen Events hier bei uns in der Community teilnehmen möchtest, wo du mehrere 100 bis zu 1.000 US-Dollar fürs reine Traden mit unserem Link zurückbekommen kannst, dann würde es sich anbieten, hier dich mit unserem Link unter der Videobeschreibung oder unten in der Videobeschreibung hier einmal zu registrieren. Damit hast du maximalen Return on Invest. Auch die Talk-in-News-Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite zwischen Updates rein. Oder falls du im Austausch mit der Community bzw. mit uns interessiert bist, kannst du selbstverständlich auch gerne beitreten. Gut, jetzt hier weiter im Chart gehen hier einmal die Möglichkeiten durch. Das mikropolische Szenario wäre hier eine ABC-Struktur und demnach hier ein Beenden oder ein Ende unserer Welle 4 dann demnach schon in Sicht und hier direkt das Anlaufen der 98.000 US-Dollar bedeutet, dass wir direkt hier in den neuen Aufwärtsimpuls dann hier einmal gehen. Unmittelbar bearisches Szenario bzw. aktuell bearisches Szenario wäre hier eine WXY-Korrektur. Demnach würden wir hier in diese WXY, wenn wir hier in den 4-Stunden-Timeframe einmal reingehen, hier dann eben nochmals hier eine ABC-Sequenz eben erwarten. Bedeutet hier nochmal ein Impuls unter das letzte Tief hier bei den 49.400 US-Dollar grob gesagt und dann ist hier die nächste starke Supportmarke hier einmal die 48.700 US-Dollar Marke und dann wird es hier unten nochmal interessant 45.750 US-Dollar und dann hier wirklich Worst-Case-Szenario und das muss halten. Ansonsten ist der Bullrun Game Over 42.900 US-Dollar. Das ist wirklich das Worst-Case-Szenario und solange wir hier nicht drunter fallen, alles noch in Butter und das hat wirklich aktuell auch, wie gesagt, noch korrektive Züge, weshalb wir, wie gesagt, davon noch primär ausgehen können bzw. davon noch primär einmal ausgehen. Gut, wir gehen jetzt hier dann Step-for-Step einmal durch die ganzen Szenarien, wieso, weshalb, warum, welches Szenario hier auf den kleineren Zeitanheiten hier einmal die höchsten Wahrscheinlichkeiten genießt und dafür gehen wir runter auf den 15-Minuten-Timeframe, machen uns hier das Ganze hier einmal aus, gehen hier die Szenarien durch, die wir euch hier auf Telegram hier die letzten Tage bzw. am Wochenende einmal als Update kurz reingepostet haben, welche Möglichkeiten es gibt und dass sich wahrscheinlich einige jetzt dann auch invalidieren werden. Demnach hier 1, 2, 1, 2 nach oben mit einer 3, 4 und 5. Ziemlich starke Explosion, direkt das Anlaufen der 98.000 Uhr würde das bedeuten, sehen wir hier sehr, sehr unwahrscheinlich. Eine Welle 2, wir machen das Ganze hier mal in der Farbe gelb noch, eine Welle 2, hier ist ungefähr im Bereich des 0618 bis zum 4er Fibonacci Level, bedeutet, dass wir hier auf zeitlicher Ebene, hier in dieser Welle 2 noch sind, definitiv eine Möglichkeit, nur das Problem, was wir hier sehen, und da stellen wir das Ganze hier nochmal ganz, ganz kurz um, denn das Ganze müsste dann hier eben weiß sein, bedeutet, dieses 1-to-1-Ratio stellt hier die Zeit einmal dar von dieser Welle 2 und dass die Unterwelle 2 hier zeitlich wirklich signifikant länger dauert, wie die übergeordnete Welle 2 hier einmal, einfach nur per se unwahrscheinlich. Wir sehen es, wir sind schon über das Doppelte der Zeit, nahezu am Dreifachen der Zeit, das ist einfach extrem unwahrscheinlich, bedeutet dieses Szenario sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, nahezu invalide. Aktuell noch unsere 1, 2, 3, 4, 5 Bewegung nach oben, ist tendenziell möglich, dass wir hier einen Impuls reinbekommen, sollten wir hier unter unsere Marke von 58.500 US-Dollar nachhaltig einmal drunter fallen, wonach es, wie gesagt, aktuell aussieht, heißt nicht, dass wir aktuell unmittelbar drunter fallen, aber dass wir hier nachhaltig drunter fallen werden, ehe wir dieses hoch einmal rausnehmen werden. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr stark gestiegen, zum einen taumeln wir hier runden rum, zum anderen Ethereum ist hier schon drunter gefallen, hat so ein Szenario hier bereits schon nahezu invalidiert und hier bei Bitcoin eben noch möglich, 1, 2, 3, 4, 5, was ist hier so unwahrscheinlich, dass dieses Szenario hier auch keine allzu große Wahrscheinlichkeit einmal genießt, denn hier ist unsere Welle 3 einfach extrem, extrem schwach gewesen, das hier ist relativ untypisch, demnach relativ unwahrscheinlich, bedeutet auch dieses Szenario können wir hier einmal mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einmal gewichten. Mikro-Bearish-Szenario, und hier wird es jetzt einmal interessant, bedeutet übergeordnet dieses WXY, wir können auch nochmal ganz, ganz kurz rausgehen, bedeutet übergeordnet, hier gehen wir auf den 4-Stunden-Timeframe, einmal unser WXY nach unten, bedeutet hier eine Welle A, nochmal eine Welle B und dann nochmal eine Welle C, hier runter mindestens unter dieses letzte Tief einmal, gehen wir wieder auch runter auf den 15-Minuten-Timeframe, was hier für interessant ist, und ihr seht hier auch hier schon wieder, ein zeitliches Fibonacci einmal eingezeichnet, nämlich, wenn wir unsere Welle A hier einmal zeitlich bemessen, sehen wir, wir sind hier vorm 0618 einmal ausgetoppt, was eher untypisch ist, dass eine Welle B hier so kurz und scharf im Vergleich zu unserer Welle A hier dann eben einmal ist, bedeutet, dass wir in unserer Welle B noch etwas länger verweilen, gut möglich, bedeutet auch, dass das hier dann nur ein erster Teil unserer Welle B hier ist, dann auch wahrscheinlicher, wie das dieser Welle B hier einmal gefunden ist. Wir gehen jetzt auch beide Szenarien nochmal durch, aber da schon mal im Hinterkopf behalten, dass diese B hier gefunden ist, das eher unwahrscheinlichere Szenario, aufgrund der zeitlichen Ausdehnung, bedeutet, dass wir hier so eine Verlängerung reinbekommen, für unsere Welle B, dann doch das wahrscheinliche Szenario, wie das wir hier direkt auf ein neues Tief hier fallen werden, auch das haben wir euch auf Telegram bereits schon am Wochenende einmal mitgeteilt. Gut, gehen wir hier, wie gesagt, auf einen 15 Minuten Timeframe und schauen uns jetzt hier die verschiedenen Szenarien hier einmal an. Bedeutet einmal hier ein Impuls nach unten, wir können das Ganze hier auch nochmal jetzt rausnehmen, dann ist es ein bisschen übersichtlicher, bedeutet, das ist der Impuls nach unten, auch hier möglich, dass wir hier eben diese Welle 3 hier einmal hier ausformen, dann hier eine Welle 4 bekommen, dann eine Welle 5, dann in diesem Szenario sehen wir uns auch eher dann wieder hier in diesem Fall, dass wir hier wie gesagt dann höchstwahrscheinlich eine A ausgeformt haben, eine B hoch, nochmal eine C runter, dann nochmals hochkommen in dieser Welle B, bedeutet, dass sich hier unsere rote Welle B hier zeitlich wie gesagt nochmal länger streckt. Wir sehen es einfach als wahrscheinlicher an, als dass wir hier durch unsere Box hier einmal durchrauschen, wenn wir hier unter die 55.762 U-Dollar mit dem nächsten Sharefragen-Abverkauf einmal fallen, dann das Szenario wirklich signifikant, dass wir hier direkt unter das Tief fallen und dass dann diese Welle B in dieser verkürzten zeitlichen Komponente einmal hinterlegt ist. Wie gesagt, davon gehen wir nicht aus, wir gehen davon aus, dass wir hier irgendwo in dieser Welle 3 oder dann alternativ in einer Welle C hier Support finden werden, um eine Gegenbewegung hier einmal einzuleuten, dann hier eine 4 und 5, bedeutet, diese zwei Szenarien sehen wir aktuell wahrscheinlicher an, 1, 2, Welle 3 hier runter, jetzt noch mit einem scharfen Abverkauf, eine Welle 4, eine Welle 5, dann haben wir hier eine Welle A ausgebaut, kommen nochmal eine Welle B hoch, nochmal in einer Welle C hier runter und dann eben nochmals in einer Gegenbewegung hier hoch in unsere Welle B, um diese dann auch zeitlich in einer längeren Dauer hier einmal ausformen zu können. Gut, dass dieses Szenario hier, wir können dann auch noch hier unser WXY anmachen und das sehen wir aktuell gar nicht mal so unwahrscheinlich, bedeutet, dass wir hier eine Welle W eben nach oben gesehen haben, das dann in beiden Szenarien dann eben hier aktuell nochmal nach unten hier korrigieren und das Ganze hier eben in einer zeitlich längeren Komponente einmal ausformen werden. Bedeutet dann nach diesem Ermessen aktuell dieses Retracement nach oben hier einmal short gerichtet, aber auch hier, wie gesagt, dann stellt es sich hier raus, dass es sich hier mal eine dreiteilige Sequenz sehr wahrscheinlich gehandelt hat, dann dass dieses Retracement hier dann auch short gerichtet ist, auch wieder riskanter bedeutet, dass wir hier wirklich auch auf eine korrektive Gegenbewegung einmal achten müssen, wovon wir wie gesagt dann primär ausgehen, nur das im Hinterkopf behalten, sollten wir hier so einen Anstieg sehen, dann werden wir hier definitiv nicht reinschorten, denn dann haben wir wieder dasselbe das Problem, was wir jetzt auf dem übergehörigen Timeframe haben, dass das Ganze einfach viel zu kurz in der Zeit ist und demnach die Wahrscheinlichkeiten dann auch nicht so hoch sind, dass unser Short-Trade dann hier einmal greift. Sollten wir uns wie gesagt hier einmal so hoch wackeln, gut möglich, dass wir hier in einen Short-Trade einsteigen werden, nur leider verwehrt uns hier Bitcoin jetzt ja oft auch schöne Entries. Wir haben gestern das Ganze hier gesehen, haben euch dann auch mitgeteilt, dass es wahrscheinlich ist, unter dieses Tief hier zu fallen, bullische Szenarien nahezu invalidiert gerade werden, bedeutet für uns war das Retracement definitiv short, wir sehen hier nur einen leichten Rücksetzer, bedeutet wir sind hier nicht in die Nähe gekommen, hier einen Short-Trade mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe einmal zu planen, bedeutet das wie gesagt leider hier, was wir hier im Munt-Chart einmal sehen. Ansonsten können wir noch sagen, hier 1, 2, 3, 4, 5 nach unten und auch hier 1, 2, 3, 4, 5, bedeutet, dass wir dieses Tief nochmal rausnehmen, auch hier nochmal wahrscheinlich und dann wenn wir hier nochmal unser 1-to-1-Ratio auf den kleineren Zeitinhalten nochmal anlegen, sehen wir hier einmal, dass wir hier dann eben, ja, wenn wir das Ganze hier einmal so anlegen, doch es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir eben das 1,618 einmal attackieren werden und dann sieht es wie gesagt hier demnach danach aus, dass wir hier eben in dieser 1, 2, 3 einmal sind, bedeutet hier Welle 1, auch wenn das hier ein Force-Fit ist, das sieht für uns definitiv korrektiv schöner aus, nur wenn wir hier das 1,618 anlaufen, sind die Wahrscheinlichkeiten für eine 1, 2, 3-Bewegung nach unten viel, viel wahrscheinlicher, bedeutet dann eine Welle 4, sehr wahrscheinlich in einer Flat-Formation, da wir hier eine steile Welle 2 haben, um dann mit einer 5 nochmal nach unten zu fallen, haben hier eine Welle A ausgebaut, die kriegen dann eine B und dann nochmal eine C runter, um dann eben nochmal ins Retracement zu kommen, das aktuell, oder das Szenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit stand jetzt und jetzt seht ihr auch, das war jetzt nur eine kleine Live-Analyse, hat aber jetzt etwas auch gedauert in diesem Video, schreibt es gerne auch mal unten rein in die Kommentare, ob ihr so eine Live-Erarbeitung mit Wahrscheinlichkeiten und wieso, weshalb, warum, auch hier etwas detaillierter einmal bekommen wollt, bedeutet hier 56.874 Uhr, für diese Welle 3 sollten wir die 55.762 Uhr nach unten hin direkt heraus verlassen, sehr wahrscheinlich, dass die Welle B gefunden ist, wir eine Extension oder Überextension in unserer Welle 3 bekommen, dann die Welle C direkt hier angreifen, ansonsten gut und gerne möglich, dass wir hier eben eine Welle A erstmal ausbauen und uns hier quasi von diesem Top hier einen Impuls nach unten einmal hier vervollständigen werden. Ein aktuelles Retracement nach oben, definitiv einmal eher, oder die Wahrscheinlichkeiten höher, dass das Ganze korrektiv ausfallen wird und somit dann auch short gerichtet sein wird. Gut, wir werden euch auch hier wieder auf Telegram auf den Laufenden halten, das heißt, wie gesagt, wenn du hier up-to-date sein möchtest, auch wenn wir irgendwelche Trades einsteigen, gerne unten in der Videobeschreibung einmal der Gruppe beitreten. Gut, gehen wir hier zu Ethereum rüber, wem das Ganze übergeordnet interessiert, der kann gerne das letzte Video hier einmal auschecken, wir gehen jetzt nur hier auf die kleineren Zeiteinheiten ein, denn sonst wird das Video hier einmal zu lange. Demnach hier bei Ethereum, was wir einmal sagen können, und das ist hier relativ unschön, einmal Ethereum, das Ganze hier sehr wahrscheinlich ein Impuls, das Ganze ein Impuls, äh, das Ganze korrektiv, das Ganze hier ein Impuls, und das Ganze hat aktuell, wie gesagt, korrektive Züge, deswegen auch hier einmal das Ganze hier als ABC dementsprechend gelabelt. Wieso ist ABC diese Welle B sehr, sehr hoch retraced, untypisch für eine Welle 2, dass wir hier nahezu an den Startpunkt hier, unsere Welle A, beziehungsweise in dem Fall dann an unsere Welle 1, hier einmal rankommen, bedeutet, dass das Ganze hier korrektiv hier einmal ist, auch hier das Ganze wieder wahrscheinlich, bedeutet auch hier nächstes Tief, wenn noch hier eins kommt, dann das Ganze hier definitiv long gerichtet. Ethereum sieht jetzt hier aktuell in dieser Phase tatsächlich etwas stärker aus, nichtsdestotrotz, das sind die kleineren Zeiteinheiten. Für uns Ethereum wesentlich unschön, auch hier bullische Szenarien nahezu invalidiert, eine Welle 1, 2, 1, 2, auch hier aufgrund der zeitlichen Komponente eher unwahrscheinlicher geworden, auch hier eine Welle 1, 2, 3, 4, tendenziell möglich, dann hätten wir ein Leading der Ergner, das Expanding ist, auch das eher unwahrscheinlich, bedeutet, dass das Ganze hier seit diesem Tief nach oben einmal korrektiv ist und wir früher oder später dieses Tief hier eben nochmal rausnehmen werden. Definitiv auch hier das wahrscheinlichere Szenario, einfach aufgrund der Price Action, die wir hier jetzt eben seit diesem Hoch einmal gesehen haben. Deswegen fand ich bei Ethereum aktuell die Finger fern, für uns dieser Chart definitiv wesentlich unschöner aktuell hier das Ganze einmal zu handhaben, was wir übergehört nicht sagen können, dieses Tief hier einmal rauszunehmen, nochmal eben wahrscheinlicher geworden, aufgrund der Price Action, die wir eben hier seit diesem Tief hier einmal sehen. Gut, das Ganze hier soll es zu Bitcoin und Ethereum gewesen sein, wenn es Fragen hier zum aktuellen Account gibt, gerne unten rein in die Kommentare und damit bedanken wir uns schon über jegliche Form von Support. Wir hören uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten die Tage zum nächsten Update und damit Trading und erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.